Herzlich willkommen zurück. Die Tangente an den Graphen einer Funktion f in einem Punkt A, oder kurz die Tangente von f in Punkt A, ist selbst Graph einer linearen Funktion. Diese lineare Funktion bezeichnen wir dann als Linearisierung von f in Punkt A. Diesen Zusammenhang solltest du für dieses Video bereits wissen und die Ziele für dieses Video sind, dass du die Begriffe absoluter Fehler und relativer Fehler im Zusammenhang mit der Linearisierung einer Funktion in einem Punkt kennenlernst und dass wir gemeinsam den absoluten Fehler und den relativen Fehler in einem Beispiel berechnen. Machen wir uns jetzt zunächst aber noch ein paar Gedanken, warum wir überhaupt an dieser Linearisierung interessiert sind. Eine sehr wichtige Idee, die wir in der Mathematik und speziell auch in der Differenzialrechnung oft verfolgen, ist die, dass wir gerne Kompliziertes durch Einfaches möglichst gut annähern können wollen. Das ist zum Beispiel auch in vielen Anwendungen der Mathematik wichtig, denn oft einmal braucht man halt keine exakten Ergebnisse, aber gute Näherungswerte, die man dann aber einfach und verlässlich erhalten können möchte. Im Zusammenhang mit differenzierbaren Funktionen ist so etwas Einfaches wohl eine lineare Funktion. Und jetzt ist es aber auch klar, dass wenn man jetzt eine differenzierbare Funktion f betrachtet, deren Graph zum Beispiel in etwa so aussieht, dass man die jetzt nicht überall durch eine einzige lineare Funktion gut annähern kann. Was aber funktioniert, und das ist auch das, was wir jetzt machen werden, ist, dass wir sie in der Umgebung einer Stelle durch eine lineare Funktion gut annähern können. Und der Graph dieser linearen Funktion wird wohl die Tangente an den Graphen an dieser Stelle sein. Und die Funktion, deren Graph diese Tangente ist, bezeichnen wir eben als Linearisierung von f an dieser Stelle. Also gut, schauen wir uns nun ein Beispiel an. Du siehst hier den Graphen einer Funktion f mit f von x ist 3 mal x² minus 6x plus 4. Auch die Ableitungsfunktion ist schon gegeben mit f' von x ist 6 mal x minus 6. Und nun kommt der erste Arbeitsauftrag. Liest ihr den Text gut durch, fülle die Lücken und beschrifte rechts das Steigungsdreieck. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann darüber. Um die zweite Koordinate des Punktes A zu ermitteln, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder man liest sie aus der Grafik ab oder man setzt entsprechend in die Funktionsgleichung ein. Auf jeden Fall erhalten wir, der Punkt A hat die Koordinaten 2 und 4 und liegt auf dem Graphen von f. Die Steigung der Tangente im Punkt A ist dann f' von 2, also 6. Das können wir auch hier im Steigungsdreieck eintragen. Und nun der Punkt L mit Koordinaten 3 und 10 liegt auf der Tangente. Der Punkt L liegt aber nicht auf dem Graphen von f. Und nun wollen wir wissen, wie groß ist der Unterschied hier zwischen der y-Koordinate des Punktes L und dem Funktionswert von f an der Stelle 3. Das bezeichnen wir als absoluten Fehler und der nächste Arbeitsauftrag lautet nun, berechne diesen absoluten Fehler. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen dann das Ergebnis. Der absolute Fehler ist dann also die Differenz von f von 3 und 10. f von 3 ist 13, also erhalten wir 13 minus 10, also 3. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Naja, so wie wir vorhin besprochen haben, wir wollen nun die Funktion f in der Umgebung der Stelle 2 durch eine lineare Funktion so gut wie möglich annähern. Diese Linearisierung ist nun gegeben und nun haben wir ausprobiert, was passiert, wenn wir an der Stelle x gleich 3 in die Linearisierung einsetzen, statt in die eigentliche Funktion. Und der Fehler, also der absolute Fehler, den wir dabei machen würden, wäre 3. Gut, jetzt gibt es nicht nur den absoluten Fehler, sondern auch noch den relativen Fehler. Und zwar stellen wir uns noch die Frage, um wie viel Prozent ist die y-Koordinate von L kleiner als f von 3. Das ist eben der relative Fehler bei Verwendung der Linearisierung und der letzte Arbeitsauftrag lautet nun, berechne den relativen Fehler. Nimm dir noch einmal kurz Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen auch davon noch das Ergebnis. Um den relativen Fehler auszurechnen, müssen wir nun also das Verhältnis zwischen dem absoluten Fehler und dem tatsächlichen Funktionswert betrachten, also müssen wir rechnen 3 durch 13 und das sind in etwa 23,07%. Also die y-Koordinate von L ist um circa 23% kleiner als f von 3.